Musik Woher kommt diese Faszination, die Delfine auf uns Menschen ausstrahlen? Es ist ihre Freude und Verspieltheit. Sobald die Delfine kommen, lachen die Menschen. Es ist auch ihre Liebe. Delfine berühren die zarteren und feineren Empfindungen der menschlichen Seele. Eine Sanftheit, nach der so viele heute Sehnsucht haben. Musik Mit diesem Buch, Spirit der Delfine und Wale, möchte ich meinen langjährigen Erfahrungsschatz teilen und dir ein Verständnis für die Welt der Delfine und Wale geben, für die Ozeane und das Wasser, von dem wir Menschen ein Teil sind. Wale sind die größten Säugetiere auf Erden und gleichzeitig sanftmütige Riesen. Und genau das ist ihre Medizin für uns Menschen. Jeder von uns trägt Kraft, Stärke und Größe in sich, um für das Licht und die Liebe zu arbeiten, für Frieden. Zusätzlich zu meinem Buch können dich meine CDs Spirit der Meere und Botschaft der Delfine unterstützen. Darauf findest du geführte Meditationen, die begleitet werden von entspannender Musik und den wunderschönen Gesängen der Delfine und Wale. Musik Seit vielen Jahren begleite ich Menschen dabei, mit Delfinen zu schwimmen. Ich verstehe mich als Brückenbauerin zum Element Wasser und dem Lebewesen darin, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, wie wohltuend und heilsam diese Begegnungen sind. Mehr Informationen über meine Seminare, schwimmen mit freilebenden Delfinen, sowie meine Bücher und Publikationen gibt es auf meiner Homepage www.lisarainbow.com Aloha Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020